Okay, vielleicht habt ihr es mitbekommen. Merkel rappt Eminem-Songs, Frank Sinatra singt einen Barbie-Song und so weiter und so fort. Das sind einige dieser Videos im Umlauf. Und wir gucken uns heute mal an, wo das eigentlich herkommt. Der Trick ist nämlich hierbei folgendes. Und zwar die RBC-Web-UI. Das schöne Dingchen hier. Hier sehen wir, dass die UI vielleicht nicht unbedingt die schönste ist, aber die Ergebnisse sind ziemlich passabel und gehen momentan auf Social Media ein bisschen steil. Okay, also wie können wir sowas bauen? Wie können wir eine Stimme nehmen, nicht selber klonen, das zeige ich euch, wenn ihr das wollt, in einem anderen Video, und dann insgesamt einfach eine Audio klonen. Naja, was hier passiert ist folgendes. Nehmen wir an, ich spreche hier in dieses Mikrofon. Dann nehmen wir die Merkmale von, sagen wir Merkels Stimme, und packen die auf meine Stimme drauf und machen meine Merkmale weg. Dann spricht Merkel plötzlich meine Audio. Und das ist so ein bisschen diese Voice-Transformation. Wir lassen also Merkel nichts Neues sprechen, sondern wir verändern bestehende Audio so, dass es sich anhört, als würde es jemand anders sprechen, weil jeder eigene Merkmale in der Stimme hat. Und genau das machen wir jetzt heute mal selber. Wir haben hier mehrere Möglichkeiten, wie wir das angehen wollen. Ich werde euch heute zeigen, wie man es mit Python macht, mit Pip macht, und nicht mit Docker, das geht aber auch, könnt ihr dann selber gucken, und wie wir nicht selber eine Stimme klonen, sondern eine von über 100 Stimmen, wie auch zum Beispiel, I don't know, Tupac oder, äh, na, ihr könnt es selber lesen, sind ein Haufen Stimmen dabei, die wir hier bekommen, einfach so for free, die schon jemand anders für uns gemacht hat, und die hier einfach gesammelt werden, und die wir dann im Endeffekt benutzen können. Okay, also zunächst einmal diese Web-UI. Wir müssen ja hier irgendwie hinkommen, und das Ganze uns mal angucken können. Also, gehen wir hier her, das ist das erstmal Basisprojekt, das wir brauchen, nicht wundern, viele Sachen hier sind auf Chinesisch, weil das von einem chinesischen Maintainer ist. Ähm, wir gehen hier auf Code Download Zip, und haben plötzlich hier eine Zip-Datei, die wir in einen Ordner unserer Wahl speichern. So, ich hab die jetzt mal hier reingespeichert, nicht wundern, dass es das Projekt, zu dem wir nachher wechseln werden, weil ich da schon die Sachen runtergeladen hab, die wir brauchen. Wir machen jetzt nochmal ein eigenes Projekt auf, und zwar entpacken nach dem Ordner hier, dann landet das leider hier drin, ähm, ich nenn das mal eben um, und zwar in Bindestrich Tuts. So, okay. Einmal zurück, und dann wieder hier rein, und jetzt haben wir einen eigenen Ordner. So, das ist im Endeffekt jetzt einfach nur jede Datei, die hier zu sehen war. Das ist einfach nur heruntergeladen, mehr ist das nicht. So, was wir jetzt bekommen, ist eigentlich erst mal, naja, ein fehlerhaftes Repository. Wir können hier eigentlich nichts wirklich verwenden. Das Problem hierbei ist, dass diese ganzen großen Dateien, also auch vortrainierte neuronale Netze, einfach nicht dabei sind. Wir brauchen eine Art Basis-neuronales Netz, damit wir von A nach B konvertieren können. Das ist Hubert-Base. Aber Hubert-Base ist hier nicht dabei. Hubert muss man extra runterladen, und dazu gibt's den zweiten Link. Ähm, bei Hugging Face, ähm, das ist so ein, so ein, kennt ihr wahrscheinlich. Hugging Face ist so ein Portal, wo man relativ große Dateien auch mit dem LFS hochladen kann. Das geht bei GitHub nicht ohne weiteres. Und, äh, ja, wir können jetzt hier zum Beispiel den Hubert runterladen, also einmal hier Hubert-Base runterladen, und hier drin speichern. Einfach im selben Ordner. Ihr seht hier, die Ordnerstruktur ist eigentlich dieselbe. Weights, UVR5-Weights, UVR5-Pack, Pre-Trained, und so weiter, und so fort. Das heißt, wir nehmen jetzt diese RVC-Betas, überspringen wir, und nehmen jede Datei, die hier dieses LFS dabei hat. Also, FFMPEG, FF-PROBE, Hubert-Base, äh, die Mute.zip könnt ihr, eigentlich, nur in könnt ihr aber auch mitmachen, ist nicht so dramatisch. rmvpe.pt brauchen wir, ähm, und die beiden könnt ihr auch mit runterladen. Das funktioniert ganz gut. So, wenn wir die alle runtergeladen haben, dann haben wir eigentlich die Möglichkeit, grundsätzlich, Stimmen von A nach B zu konvertieren. So, das heißt, hier drin könnten wir jetzt das Ganze schon mal machen. Das Problem ist, wir haben ja noch keine Stimme. Wir haben nur das Basis-Projekt aktuell. Jetzt müssen wir aber noch hergehen und sagen, okay, so sehen die Feature-Merkmale von Merkel aus, oder von Tupac, oder von GLaDOS. GLaDOS gibt's auch. Ähm, und deswegen wollen wir das einmal kurz, ähm, natürlich nicht selbst trainieren. Selbst trainieren würde ich ja auch gehen. Das kann man machen. Dauert aber, wie gesagt, und ist ein bisschen komplizierter. Zeige ich euch gerne wann anders, falls ihr das wollt, unten in die Kommentare damit. Aber wir können hier ganz einfach auch hergehen und uns Music-AI-Voices runterladen. Und ja, es gibt noch mehr als RVC. Es gibt auch noch, ähm, SVC heißt das Ding, glaube ich. Da kann man dann natürlich auch andere Stimmen noch reinladen. Ähm, und das soll auch wohl ungefähr eine bessere, oder manchmal eine bessere Qualität haben. Probiert das gerne aus. Falls ihr auch dazu ein Video wollt, schaue ich mir das auch gerne für euch an. So, wenn wir jetzt hier aber was runterladen, so eine Stimme, ähm, dann wollen wir hier nicht die, die kein RVC hinten dran haben. Also, diese hier ist in Ordnung, da steht RVC hinten dran, die ist in Ordnung, RVC hinten dran, die ist nicht in Ordnung, die ist auch nicht in Ordnung, die ist wieder in Ordnung, weil hier in Klammern RVC steht, und so weiter und so fort. Die ist nicht in Ordnung, die ist nicht in Ordnung, die ist super, die ist auch super, ja. Das so als, als grundlegende Richtlinie. Bitte nehmt nur die RVC-Stimmen, die anderen werden nicht richtig erkannt werden. Okay, jetzt, also sie können erkannt werden, aber es gibt keine Garantie dafür. Ähm, und wenn es einen Fehler gibt, dann kann das gut da dran liegen. Okay, jetzt haben wir das schon mal soweit fertig gemacht. Jetzt können wir eine von diesen Stimmen hier runterladen, zum Beispiel eben, ähm, 50 Cents. So, einmal hier hergehen, und dann sehen wir hier, aha, das ist auch wieder eine ZIP-Datei, hier einmal hergehen, und Achtung, diesmal ist es nicht dieser Ordner, in den wir rein wollen, sondern die Stimmen, also die vortrainierten Stimmen, die kommen in den Waits-Ordner, ja, hier rein. So, und das sollte relativ schnell da sein, weil die ist nur 50 Megabyte groß. Ähm, dann gehen wir hier einmal her, gehen in den Ordner rein, und machen hier einmal, rechtsklick, hier entpacken. So, jetzt könnt ihr die ZIP-Datei wieder löschen. Was jetzt passiert ist, ihr habt hier einen 50 Cent Ordner, mit einer .pth innen drin. Ähm, oder wenn ich jetzt einmal ganz kurz in meinen anderen Ordner wechsle, und hier mal in die Waits reingehe, dann haben wir hier einmal GLaDOS, und einmal Homer Simpson, ähm, jeweils die Stimmen eben von GLaDOS und von Homer Simpson, aber mit einer .pth-Datei und einer .index-Datei und einer .total4.npy-Datei. So, wichtig ist, diese Unterordner funktionieren nicht. Der hier ist ja normalerweise komplett leer, das heißt, äh, ich lösche das einfach mal. So sieht es ja normalerweise aus, wenn ihr euch zum Beispiel zwei Stimmen runtergeladen habt. Die funktionieren so nicht. Die werden nicht erkannt von dem Projekt. Ihr müsst die Stimme, die ihr haben wollt, kopieren, also am besten alle Dateien kopieren und hier außen dran packen. Oder wenn ihr eben Homer Simpson wollt, diese Stimmen hier kopieren und außen dran packen. Ja, sonst werden die nicht erkannt. Das kann ich euch garantieren. Hat bei mir noch nie funktioniert. Vielleicht ist es auch ein Bug, vielleicht wird das auch bald gefixt werden, aber aktuell werden die noch nicht erkannt. Das heißt, jetzt habe ich gerade die Stimme von Homer Simpson nach außen kopiert und kann sie verwenden. Das sehen wir hier an diesem Homer Simpson. Und ja, man kann grundsätzlich auch mehrere Stimmen haben, aber ich mache es ganz gerne so, dass ich immer die Stimme, die ich klonen möchte, aus dem Ordner rauskopiere und dann dort verwende. Okay, jetzt haben wir erstmal soweit alles. Und ja, ich weiß, hier habe ich noch ein paar mehr Sachen. Das sind die Sachen, die ihr nicht runtergeladen habt. Ich, wie gesagt, probiere alles noch ein bisschen aus. Was wir jetzt machen wollen, ist folgendes. Wir wollen hier einmal ganz kurz hergehen und Großschreiben drücken und irgendwo hinklicken, wo keine Datei ist. Also nicht so, sondern so, hierher klicken. Dann steht hier PowerShell Fenster hier öffnen beziehungsweise Terminal hier öffnen unter Linux oder Mac. Und das machen wir mal. Und jetzt wollen wir erstmal die Abhängigkeiten von unserem Python Projekt installieren. Das heißt, was wir machen ist, wir checken erstmal, ob wir Python installiert haben. Py-3.10, das ist die Version, die ich verwende. Dann sollte hier Python 3.10 stehen. Alternativ kann es auch sein, dass ihr es mit Python aufbekommt. Funktioniert bei mir genauso. Oder, dass ihr es mit Python 3 aufbekommt. Das ist für die Mac-Leute vor allem relevant. Das funktioniert bei mir nicht. So, eine von den drei müsste bei euch funktionieren. Nehmt die, die bei euch funktioniert. Wenn ihr Python nicht installiert habt, dann geht in mein Python Tutorial und guckt euch da an, wie man das machen kann. Gut, jetzt gehen wir wieder her. Py-3.10, das ist genau die richtige Version, die ich immer will. Ich mache das immer ganz gerne so, weil ich mit mehreren Python-Versionen arbeite. und genau, hier drin müssen wir dann erstmal die Requirements installieren. Das heißt, die Module, die jemand anders schon gemacht hat, die dieses Projekt hier einfach nur verwendet, wir finden die in Requirements.txt. Das sind wirklich, wirklich viele. Was wir machen ist, wir müssen sie nicht lesen, wir können einfach "-m pip install-r.backslash-requirements.txt machen und dann einmal enter und dann wird das für euch installiert. Und das ist super, super angenehm. Das funktioniert einfach so out of the box. So, irgendwann sind wir hier fertig. Das heißt, wir können hier sehen, dass wir wieder tippen können. Ich tippe hier jetzt mal clear ein, damit wir wieder aufgeräumt alles haben. Und, können wir aufhören zu hohen da draußen? Danke. Und ja, jetzt kann ich hier das Projekt ausführen. Das mache ich auch wieder mit pi-3.10 und jetzt möchte ich hier die Datei infer, nicht badge, nicht uvr5, sondern inferweb ausführen. So, wenn ich diese Datei starte oder dieses Python-Skript ausführe, dann öffnet sich irgendwann genau das hier alles. Es findet meine Grafikkarte, es findet alles soweit und es öffnet sich diese Web UI. Die öffnet sich von selber. Weil ich hier erst mal keinen Port angegeben habe. Das ist der Standard-Port 7.8.6.5. Und wenn ihr irgendwann mal was braucht, low-closed Doppelpunkt 7.8.6.5 öffnen. Also einfach hier oben in die Adressleiste schreiben, dann funktioniert das auch schon. So, jetzt diese furchtbare, diese furchtbare UI hier, das muss erst mal hier kurz refreshed werden. Bei der Inferencing Voice sehen wir jetzt hier den Homer Simpson. Das ist ja genau den, den ich haben wollte. Herzlichen Glückwunsch. Das ist der, den wir brauchen. Der soll jetzt bitte was für uns singen. So, jetzt sehen wir hier allerdings, ich brauche eigentlich noch die Index-Datei. Wir erinnern uns, diese Index-Datei hier, die muss auch mit rein. Sonst funktioniert das Ganze nicht. Und das Problem ist, bei mir wird die nie erkannt. Ich weiß nicht, ob ich was falsch gemacht habe, aber man kann sie auch von Hand angeben und so mache ich das einfach immer. Das heißt, was wir machen ist, wir kopieren uns erst hier oben den kompletten Pfad, pasten den hier rein, sagen dann Backslash, gehen dann zurück hierher, machen hier nochmal auf, drücken STRG C für, äh, Quatsch, nicht die hier, markieren alles, drücken STRG C und gehen hier rein und sagen, okay, das ist meine Index-Datei. Dann ist völlig egal, dass es das nicht automatisch erkannt hat und jetzt funktioniert das auch. So, wenn wir hier, ah, Sekunde, ich habe hier zweimal das ganze Ding offen. So, jetzt nur noch einmal offen. Wenn wir hier irgendwie merken, irgendwas lädt hier sehr, sehr lange, wie das hier zum Beispiel gerade, das hat die ganze Zeit geladen, einmal hier kurz her und Enter drücken, dann macht es das weiter und dann funktioniert das auch wieder. Also, nicht verzagen. Ähm, so, wenn wir jetzt grundsätzlich männlichen, weiblich konvertieren wollen, müssen wir hier plus 12 machen, ähm, also wenn quasi wir einen männlichen, äh, Sänger haben und einen weiblichen Sänger haben wollen, sprich das hier oben von der Frau aus, dann sollten wir hier dann plus 12 machen, wenn es andersrum ist, dann minus 12, ähm, weil dann wird der Pitch so ein bisschen angepasst. Brauchen wir aber nicht unbedingt, das funktioniert so genauso. Okay, und was wir jetzt machen wollen, ist, wir wollen natürlich eine Audio übersetzen, also quasi, ja, verändern. Das heißt, wir brauchen schon eine gesungene oder gesprochene Audio. Wichtig hierbei ist, wir dürfen keine Hintergrundgeräusche haben. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel Eminem rappen lassen wollen oder Merkel Eminem rappen lassen wollen, dann müssen wir zunächst einmal von dem Eminem Song die Lyrics, also das, was er singt, die Vocals, extrahieren und separieren von den Hintergrundgeräuschen und dann danach wieder zusammen mischen. Und das können wir auch machen, zeige ich euch sofort. Wir machen jetzt hier erstmal fertig und zwar, ich habe hier schon mal was vorbereitet, ähm, wir haben hier eine Audio und ihr kennt vielleicht Portal Still Alive. Hier habe ich einmal die, ähm, diese, äh, also einfach das Lied als MP3-Datei. Jetzt wollen wir da ja, also ich spiele das mal ganz kurz ab. Das funktioniert so nicht. Hm. So, vielleicht kennt ihr das. We do what we must because we can. So, ähm, das stammt aus Portal und ist von GLaDOS quasi gesungen. Ich weiß nicht, wer es von euch schon, äh, euch schon kennt. Genau. Und was wir jetzt machen ist, wir müssen hier natürlich die Hintergrundgeräusche, also sprich die Melodie und alles und auch Schlagzeug etc. müssen wir separieren von dem, was wir, ähm, an Stimme haben. Also quasi die Vocals. Das muss am Ende zweimal da sein. Einmal brauchen wir die Vocals, die werden dann übersetzt und einmal brauchen wir die Hintergrundgeräusche und die müssen wir ja wieder auf die neuen Vocals drauf machen. So, das machen wir so. Ähm, wir holen uns zunächst einmal den Ultimate Vocal Remover äh, und zwar als grafische Oberfläche. Grundsätzlich ist der Ultimate Vocal Remover auch hier drin und ihr könnt das machen, aber ihr müsstet erst die Models holen und so weiter und so fort. Und ich persönlich finde diese Variante hier einfach einfacher und ich versuche es für euch so einfach wie möglich zu gestalten. Ähm, und das hier ist wirklich einfach eine, eine Download-Datei. Da kriegt ihr eine Exe zum Ausführen, ja, das könnt ihr einfach runterladen oder hier unten dann für Mac oder für Linux, ähm, kriegt ihr hier alles, was ihr braucht und dann könnt ihr das direkt einfach ausführen. Das ist wirklich einfach nur hier auf den Download-Link und dann den Installationsanweisungen folgen und dann habt ihr UVR Ultimate Vocal Remover. Das sieht dann so aus als einfache, ganz normale Datei. Könnt ihr das öffnen, könnt ihr hier, ähm, eine Datei auswählen, zum Beispiel Still Alive. Oh, ups. Äh, ich sollte vielleicht den richtigen Button nehmen hier, Select Input, Still Alive, Select Output. Dann nehmt ihr einen ganzen Ordner und könnt den hier wählen und dann habt ihr eigentlich schon alles, was ihr braucht. Ihr könnt MDX nicht hier stehen lassen, müsst nicht verändern. Ihr könnt hier einfach das Standard-Ding benutzen, ihr könnt hier GPU einstellen und dann auf Start Processing und, ähm, das dauert dann natürlich ein bisschen. Da läuft dann auch ein, ähm, neuronales Netz drüber, um dann hier quasi die Audio, ui, jetzt leck ich ein bisschen, Um die Audio von den Vocals zu extrahieren. Dauert aber nicht lange, zwölf Sekunden in meinem Fall jetzt gerade. Und was wir dann bekommen ist folgendes, wir haben zwei neue Audios. Einmal Vocals und einmal Instrumental. Ich zeig euch das mal. So, das ist die Vocals, also klar, nur die Stimme. Das ist eigentlich ziemlich gut geworden. Und dann haben wir hier einmal Instrumental. Das ist eben genau das ohne Stimme. Wie gesagt, wir brauchen beides. Wir verändern jetzt Vocals und legen danach Instrumental nochmal drüber. So, das heißt, das sieht dann so aus. Wir gehen hier wieder zurück in die RBC Web UI. So, was wollen wir jetzt ändern? Naja, welche Datei wollen wir denn jetzt übersetzen? Wir wollen ja die Audio hier, die Vocals komplett neu machen. Und das heißt, ich packe das hier mal hier rein. Jetzt müssen wir natürlich noch den Ordner kopieren. Das heißt, einmal den Ordner hier nehmen und zack, da rein. So, jetzt haben wir hier einmal den kompletten Ordner, Audio und dann die komplette Vocals Datei. Wir klicken hier unten auf Harvest. PM ist schneller, aber Harvest hat bessere Qualität. Und Crap habe ich tatsächlich mittelmäßige Erfahrung gemacht. RMBPE habe ich noch gar nicht richtig ausprobiert, ehrlich gesagt. Da könnt ihr aber einfach mal gucken, welche für euch die beste Option ist. Ich gehe hier mal zur Seite. Also wir gehen hier auf Harvest. Und ja, dann können wir hier drüben eigentlich schon hergehen. So genau. Das hier bleibt einfach genau gleich. Also da mit den Werten könnt ihr einfach ein bisschen rumspielen. Hier diese Index Datei haben wir schon gemacht. Auto Index hat es nicht funktioniert. Das würde ich auch tatsächlich am Anfang mal so lassen. Das hier ist, können wir einfach komplett ignorieren. Das brauchen wir nicht. Und jetzt klicken wir hier auf Convert. Und das dauert jetzt ein bisschen. Wir sehen auch den Fortschritt hier unten drin immer mal wieder. Oh, no file or directory. Das ist schlecht. Da müssen wir uns gleich nochmal wahrscheinlich drum kümmern. Es hat dennoch wunderbar funktioniert. Hier einmal kurz das Ergebnis. Okay, das war Homer Simpson, wie er Still Alive von Portal singt. Ach, das ist schon schön. So, jetzt gehen wir hier einmal auf Herunterladen. So, und dann haben wir hier eine Datei, die sehr komisch heißt, das ist eine temporäre Datei. Und hier oben haben wir natürlich noch das Instrumental. Was wir jetzt machen ist, wir gehen auf Audacity. Audacity ist ein kostenloses Tool. Ihr könnt ja einfach runterladen und das ist zum, ne, Ton editieren und so weiter. Das dauert ein bisschen, bis sich das geöffnet hat. Und jetzt können wir hier die beiden einfach übereinander legen, indem wir hier einfach beide nehmen. Audacity sollte sich vielleicht groß starten. So, Instrumental nehmen und die übereinander legen. Und los geht's. So, und dann haben wir im Endeffekt genau das, was wir wollen. Ich glaube, ich habe was Wundervolles erschaffen. Ich bin gespannt, was ihr damit macht. Tagt mich gerne auf Instagram, wenn ihr sowas postet oder so. Ich feiere sowas super. Und ja, ganz viel Spaß damit. Habt wirklich Spaß damit und versucht es nicht so ernst zu nehmen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.